Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nur wenige armenische Männer haben hier überlebt. Glaubst du wirklich, du findest deine Familie? Du weißt schon, dass deine Töchter noch leben? Suchst du diese Mädchen? Der Mann hier, der muss seine Kinder finden! Möge deine Reise fließen wie Wasser. Sind das ihre Töchter? Er schreibt, dass deine Töchter nicht mehr bei ihm sind. Und er weiß auch nicht, wo sie sich aufhalten. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so werdet ihr da? Untertitelung des ZDF, 2020